Ich geh jetzt erst meine Schwester f*** Hallo Motherf*** Komm, komm, Alter, den letzten kriegst du Aber wir sind schon in der Lobby Jaja Ach stimmt, hier redet man nochmal Hallo? Ah mit, hä, V, hello, hello Hallo? Nee geht nicht Hallo? Hello? Ah mit Y redet man Ach wir müssen Spielkanal, beitreten Morning in the morning Ich hör den nicht, ich hör den einfach nicht Warte, hab ich... Sprachchat ist schon gut laut Ich kann noch mal lauter 70% machen Ja, scheiß drauf Ja, lass, lass raus, oder? Ah doch, jetzt... Brother, you can hear me? Where are you from, guys? I'm from Germany, man Alter, bist du deutsch? Ja, man, alter, endlich, deutsche, geil, geil Ah, der andere ist eben noch kacke Warte, der müsste auch gleich kommen Ja, ist der auch deutsch? Oh, entspannt Ja, lass, lass mal zum, äh, Kraftwerk da Aber wir sind schlecht, also, beziehungsweise ich bin schlecht, Digga Ja, egal, ist in Ordnung, wir sind alle kacke Und das verbindet uns Ja, Jungs, kurze Frage, so, kurz ein Smalltalk anfangen Wie findet die jetzt eigentlich so Merkel, also... Perfektes, äh, Thema Entsach nein, Digga Für ne Fortnite-Runde Äh, ich würd sagen, ich würd auch, bin ja auch eher negativ dagegen eingestellt Da das mit, äh, ich würd sagen, man müsste jetzt auch die jüngere Zielgruppe ansprechen Da jetzt auch jüngere, äh, Leute auch, in Zukunft sollen ja auch jüngere Leute wählen können, ne? Okay So, zockt ihr nur Fortnite, oder gibt's auch noch was anderes? Nee, es ist gerade auch, äh, bisschen Valorant am zocken, bisschen, ja, eigentlich alles Ihr seid PC, ne? Was, was? Ihr seid PC, ne? Ja, ja, PC-Spieler Äh, ihr nicht, oder was? Nein, nein Nein Ey, PC-Spieler fühlt man sich schon so als, so Opfer, Jungs, die so... Hä, warum, wir sind die Elite, Junge Und, und, wie alt seid ihr so? Also, ich schätze euch jetzt mal auf, so, cao, 15 und 16 oder so Richtig Echt? Ah, ok Was ist? Wer hättet ihr denn? Auf Armines Familienvater, der hat schon einen kleinen Buben zu Hause Ja, genau Ja, das kann ich ihm bei Armin noch ziemlich viel vorstellen Schon, gell? Ja, der wurde mit 15 zwangsverheiratet mit seiner Cousine Ja Alles entspannt Bengel geht zum Kindergarten Oh, wir alt sind der kleine Der ist jetzt drei, drei geworden, letztes erst Fett, ich fühle Wie alt bist du jetzt nochmal? 21 Zu wenig Ja, es ist mit 90 das erste Kind Kannste ne Scheibe von abschneiden, ne? Und, was macht ihr außer, außer Fortnite zocken den ganzen Tag, jetzt während Corona? Gar nix Nice Sportlich engagiert bin ich Oha, ok, was machst du? Was machst du für Sport? Ähm, ich bin Thai-Boxer mit einem A-Fighter Und, hast du schon einen schwarzen Gurt oder so'n Scheiß? Jaja Schau mal, Wettkampf gemacht Wettkampf, jaja Tatsächlich auch im Kindergarten Ahja Ne? Zwei, drei, fünfjährige umgeboxt Zwei, drei, fünfjährige Zwei, drei, fünfjährige Ähh Warte, ich komm Jaja Jaja, wo bist du? Ja, die sind hier mit dem Boot Oha Na, ich seh's Ja, du brauchst ganz dringend Hilfe Bei mir Halt durch Oh, er fliegt mit dem Heli weg Ach, Digga Digga, wo bist du, Luca, Mann? Komm mal ganz dringend Digga, wo bist du, Luca, Mann? Oh, scheiße, er ist böse Fuck Okay Halt rein, Junge Ja gut, äh, ne? War ne tolle Runde, also War ne nice Runde Vielleicht sieht man sich ja nochmal im richtigen Leben Irgendwann mal Irgendwann Ciao, ciao Junge Adnan Junge Adnan Einfach zu wild Ich geh jetzt erst meine Schwester ficken Junge, Alter Oh ja, äh, rein in die, rein in die Bücher Digga, als ich bin Oh, oh Hallo, hallo Hallo, hallo Lass mal raus Lass mal raus Lass mal raus Oh mein Gott, Alter Oh ja, du kannst Kindergärtner spielen, ich mach das nicht, Digga Du bist okay Ich bin 12 Und meine Mutter immer sagt mir, dass ich super süß Und, und... 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 Ich bin 12 Und meine Mutter immer sagt mir, dass ich super süß und... Und... Ja, safe, Alter Gar kein Bock, Alter I love my mother Alter, die Farmers ist ja übel schlecht gewohnt Jo, what's up? Boi, 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 meine Aktiebefreude Heißt der Ey, seid ihr deutsch? Boi, was? Oh, entspannt Sehr entspannt Ey, wir waren gerade mit Kindergartenkindern in der Runde War übel schlimm Wir waren mit irgendeinem 10jährigen in der Runde, der nicht mal gewusst hat, aus welchem Land er kommt Seid ihr, seid ihr gut in Fortnite? Mh Vielleicht So, so, mh Spielt ihr ab und zu? Ab und zu fast jeden Tag, so Achso, ja, dann Glaubt ihr könnt ihr uns durchs Gamecarryen? Vielleicht Okay Ja, wir werden... Wir werden auch... Wir werden auch helfen, keine Sorge So, close, close, close Hint im Haus Hint im Haus Hint im Haus Oh Okay, sorry Steal Oh, nee 40, 60 Oh, ja, Headshot Down Oh, ich denke Der hatte keine Mates, oder? Ah, doch, der hätten Mates sind Ich markiere Hint im Haus Hint im Haus Hint im Haus Hint im Haus Er fliegt gerade mit seinem... Hint im Haus Hint im Haus Hint im Haus Hint im Haus Ich hab den Mates Hint im Haus Oh, Achtung! In oben Hint im Haus Achtung! Hint im Haus Ich kann Hint im Haus Hint im Haus Das sind so viele, das sind viel zu viele, hol ihn hoch, hol ihn hoch zum Rausziehen. Zieh, 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 zieh. Komm, das sind die Letzten. Ich zieh mal die Granaten. Ohne, 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 ohne. Oh, Junge. Komm, warte, hilf. Ja, genau wie ich weiß. Ich bin die Klackte, ich bin die Klackte. Oh, Junge. Ich versuch' noch nicht. Oh, er slowert, ne? Die kannst du holen. 20 White, 40 White. Egal, Atnan. Oh, Atnan! Komm, komm, Atnan, den Letzten, Atnan, den Letzten kriegst du. Oh, no! Hallo, hallo. No, no, nu, Itay, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach du Scheiße, es sind Franzosen. Atnan. Hm? Es sind Franzosen. Es sind Franzosen.